nicht glücklich machen möchte ich diesmal nicht umbringen das ist nett von dir wir sind die ich persönlich nicht machen wenn ich jemanden töten will dann tötigen einfach egal was sie ob sie nicht sehen oder so ich weiß doch deswegen sind wir auch bestand wo das ist die steuerung los das hatte das ist das jetzt sind die ganzen kommt troz vom hoch runter links rechts ist bei mir verkehrt wie so auch immer okay only on the street my friends only on the street only on my dick my friend only on my dick so das ist schön das ist es nicht schön aber so was gehen wir mal nach nur haben aber grüßes in einem menü nur grüßes und herrn und sehr ich geh kacken neulich ist nicht kacken mann oder was kacken muss doch nicht muss in New Haven kacken mann nein er hat aber schon Toiletten die du ausprobieren musst ich hab während der Schnellreise gekackt oh nein es fliegt das hier überall im Schnellreise-Tonnel rum ah mein Gesicht mein Gesicht aaaah Greg no jetzt kommst du rauf und wolle keils augengross aaaah aaaah so wurde aus Mordecai Kügi mit Sammler und der wurde von Teilen gekillt was zum Teufel überall scheiße Brick wieso kann ich hier irgendwo eine Toilette kaufen aaaah ex-level shit Roland guck mal überall scheiße du bist scheiße jetzt geh aus meinem Weg kann ich hier irgendwo eine Toilette kaufen ja irgendwo gibt's Toiletten so jetzt werden wir grüner Daumen abschließen Graevers ich glaube Stefan Spitz hat hier im Moment hat Markus noch was dann nein Moment Moment ich geh noch verkaufen verkaufen was ist eigentlich hier mit dem Easter Egg weiß jetzt jemand wann wir genau da gucken müssen ja ich ist hier nach Saltflats und halt nach Baron Flint und den Strammkameraden Hans und Franz nach Saltflats erst ähm also wir können's ja jetzt mal probieren aber aber hier der Automat hat auch von ich bin mir ziemlich sicher dass wir nach ähm in der Mission wo wir die Comics sammeln müssen dass wir da dahin müssen ähm die Porno Heftchen nein Comics das sind Porno Hefte das sind Comics das sind Comics zum Porno Heften ach glaub ich auch das macht Sinn ey Brig was machen wir hier ne ich suche für einen Lahn der Toilettenverkauf ne 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 Guck mal da Stefan Spitz oh nein nicht schon wieder nein a a aber nicht viel diesmal war es nicht viel du ich hab auch zu nett teleportieren und sich lede von dich und separat die fühlen fast deinen Schmerz Mordecai aber nur fast Du musst den Faust schon mal erschlecken, Schatz, und sind wir alle in so ne engen Kiste und du bist so eigentlich passt Blick nur in die Kiste und Mordecai muss dich noch irgendwo zwischen die Arme quetschen wie so ein kleines Baby in einer Embryo-Stellung und wenn Brick da noch scheißen muss, ist das nicht cool? und 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 bei hier Lille von Blolen ist es so schön Tisch mit Weinkerzen, Zweiten sitzen sich über und alles so schön am Tisch und von euch ist es einfach nur in ne scheiß Holzkiste weil du Brick reinpasst die schon da machen ok Brick, ich fahr Lille steigt nur lahmarschig aus ja niemand ist so agil und hat den Booting wieder Rolando mhm das ist ja alles scheiße und ich bin das Beste was in diesem Spiel hier passiert ist jetzt aufs andere AFA zu spät nee ok los, Brick, ihn jetzt zu Taylor Koff und die Waffenküste und was ist drin und was ist drin Schöße oh, knallte Schläger ok, ich hab aufgeräumt ey, ich hab aufgeräumt ey, ich hab aufgeräumt du bist tot, no die Waffenküste die Waffenküste die Waffenküste ah ne, ich kann ja gar nicht mehr die Quests auswählen für mich haha Tja Tja, Daniel, jetzt ist vorbei mit Scheiße sein, ne oh ja, nächstes Level, Mama das heißt Scheiße sein jay, nächstes Level Vergoffbrick das ist mein Next Level Shit und wieder ein Wunder funktioniert es oh yeah, cool ich mag den Vornamen von dem Typen nicht Eric ja erinnert mich an irgend so'n Spacko hm, ich hab da mal mit C geschrieben ist mir egal das ist der Buchstabe, wo man dieses Kind mit der Angel drin saß früher bei DreamWorks boah, warte mal, wo steht denn der Typ? steht der nicht hier irgendwo? ich weiß, was es gab da ich glaube das war bei Jurassic Park 2 dem Spiel für PS1 da wurde das Kind von so'n Raptor in der Angel runtergezogen oh ja, da muss ich immer lachen Next Level Brutality Shit man hat's aber nicht gesehen, einfach nur die Angel hat so gewackelt so, boah, what is that? fliegt runter, man hört nur diese Raptor fauchen ja genau ja, da, ne du hast ja solche solche Dinger nie erlebt du weigertest dich, aber Zelda Jurassic Park zu sehen ja genau, ich weigere mich, ja actually, das soll ein guter Film der erste ja, ich hab ja auch gesagt, wenn ich Telltale Jurassic Park mache, muss er den ersten Teil sehen, weil wenn man den ersten Teil nicht kennt, kann man nur Telltale-Spiel vergessen, den braucht man einfach für die Story Habe ich recht, Patze? oh, das weiß ich gar nicht scheiße Brick, was ist hier los? versteh's nicht ich bin verwirrt, Brick oh, jetzt ein Klassmord für Rowland 60% Waffenmagazin Größe 2 Ausschlagskills 2 Überlastskill 3 Metallschulskill 8 20% das ist ein Kassel für Sirene mit 3 Gold-Power-Skill na, aber meiner ist besser ja, ist hier kein Versorgungstansport angekommen ja, nicht ne ne bei mir meiner 30% Team Schill na, ne na, da bist du ja Ich brauch einen Verwesen, Jürgen zwei Chips, drei Besucher, Jürgen und sieben, 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 siebenen sieben, 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 sieben das gewissen Fall ist man hat in einem Blick nicht da hoch das ist falsch das können wir gleich rausfinden wir müssen Slitter töten ach jetzt stimmt das irgendwo anders er der der Karte ab die Missionen hat sich gerade immer so geändert warum auch immer da da wir gerade im Thema waren was du bei den Schwestern Kulten aber es ist so ein guter Film Nuller hätten er sich für das Betrachter selten so gab einiger nur dass eine liebe Kinder den einzigen Filmen bekommen werde wenn ich wirklich ins Kino gehen werde ist Star Wars er ins Kino für irgendwelche Star Wars in den letzten Jahren immer Hobbit und so ein Malchen Szenen ich meine die wenn es irgendwas gibt ich bin auch eher selten im Kino Star Wars davor war es Jurassic Park und davor war es als hier einmal Episode 1 noch im Kino lief im angeblichen 3D wo irgendwie 5% 3D waren der Rest wo man die Brille abnehmen konnte und normal schauen konnte ist es nicht hier? ist es hier? ich weiß es nicht nein es ist nicht also ich bin für die Zeit war es er kann ich gerne ansprechen wir verlaufen uns öfters mal oh mein Gott ah PIZZA PARTY PIZZA PARTY PIZZA PARTY PIZZA PARTY meine Fortsetzung von Teil 1 ist der Teil der Beste ja mann cool PIZZA PARTY wir versuchen jetzt um die Rohkolle bis gesund zu fühlen denn da sind zwei Betrunkene und du versuchst mit dir selbst zu reden ja das ist das Einzige ich hab gebannt gelauscht oh wir feiern hier eine PIZZA PARTY aber seitdem das scheiße kann ich hatte schon meine eigene wir haben hey was soll das ich bin der Herr das Zeugs ist nicht du doch das ist auch das Zeug PIZZA PARTY ähm ja was was gibt es dir noch für NOOOOO eigentlich gar nichts mehr ja wir können ja die Quests abgeben ja wir geben jetzt die Quests ab dann müssen wir noch Eric Franks klaffen und ja mal Rick das war's dann das war's irgendwie gehen die Aufnahmen zwischen nur total schnell vorbei das war ne geile PIZZA PARTY Brüste Prozent das ist noch ein paar ist noch einer nach der Stadt der Sto es geht schnell das ist so gehört hat sich Prozent das war ein kleiner Hauptmann ist ob es sich hier noch den den Fuß haben Euro und es wird in den Gründom abschließen Das war gut, Brick. Okay, auf geht's. Warte, wo ist er? Ich habe alle Speihahn. Oh, no. Oh, auf New West comes West. To Eric Franks, Erik. Ist der nicht bei New Haven? Ja, da ist bei New Haven. Hier ist aber das Ding mit dem hier grünen Daumen. Die Ventile müssen sie abschließen. Ach, das ist Eric Franks? Ich dachte, Eric Franks wäre der mit den Porno-Höften. Das ist aber New Haven. Ach so, ja. Wieso gehen wir denn nicht dorthin? Na, weil wir jetzt den grünen Daumen abgeben. Das ist der grüne Daumen. Ich dachte, der grüne Daumen wäre in Roscow ins Ost. Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja, aber wieso haben wir uns mal auch festgebracht? Ja, aber das sitzt ich gerade. Ich weiß es nicht, man. Hm, ich sehe schon extra Video, peinliche Fucker-Gruberatung. Wir haben voll den Plan, man. Ja, ich war die ganze Zeit irgendwie, ich hatte immer angezeigt, grüner Daumen da bei Eric Franks drin. Ich hab Eric verstanden, man. Ich bin verpackt, Eric bei mir. Ich bin verwirrt. Du kannst es halt. Ja. Brick, wo sind wir denn jetzt? Weiß ich doch nicht. In Rust-Kormons-East. Ah, das ist dieses Gebiet. Das ist dieses Gebiet, was im Süden war, Brick. Nein, im Norden. Im Norden. Ich hab dir doch schon beigebracht, wie man Richtungen deutet, Mann. Na, warte. Äh. Ich schlubbe, du musst dir den Kompass mit Worsten schicken. Worsten? Ja, mit Worsten, Mann. Mit Worsten, mein Freund. Worsten. Oh Gott, Hänger. Hänger, Hänger. Oh Gott. Leggy in the house. Ähm, Mordecai schreit 10 Stunden Hänger. Legger. 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 Legger Hänger. Leggy in the house. Oh. Ja, mach ne Kurve. Ja, tut mir leid, Brick. Ich kann ja auch nicht so gut fahren. Wir sind beide nicht so die Topfälle. Äh, mehr, das hat viel klebt irgendwie vorne dran, aber... Mir egal, Mann. Na, egal. Da vorne ist Roland. Braubenverzierung. Hi. Hi. Oh Gott. Scheiße. Und wir haben dafür bekommen... Ja, kann ich sich angucken. Moment, 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 Moment. Doch, New Haven, Shane is Turner, Rick Franks, New Haven. Verdammt. Brick. Wir stecken fest, Mann. Das war nicht so ne gute Idee von mir. Nee. Jetzt hab ich ne gute Idee. Was? Ist schon vorbei. Ja. Scheiße. Ich hab aber ne coole Idee, Jungs. Sie wäre? Äh, ja, halt einfach die Klappe und, äh, ich, äh, ich, äh, keine Ahnung, was ich jetzt mal... Ne, aber das... Ich glaub, jetzt erst mal ein paar Süßigkeiten. Das, was Roland am liebsten macht, Quests annehmen und abgeben, natürlich. Hab ich doch damals in meinem Song gesagt. Okay. Lerifado, ich bin gerade viel zu verwirrt. Ist die hier immer an der Notstelle gewesen? Ja, die war da oben. Ach, ja, natürlich. Äh, Brick, was warst du da oben mit dem Jacuzzi drin? Ähm. Oh, cooler Jacuzzi. Ja, bis es losgeht. Äh, ja, gleich, gleich geht's los, Mann. Du wißt, was ist in deinem Menü? Fick. Ich glaub, ich kann ihn doch mal eine schöne Runde looten. Fick dich. Okay, jetzt bin ich fertig. Aber das Geld... Ja, jetzt hab ich grad meinen Skillpunkt. So, jetzt... Aber das Geld, was ich ja einsammeln, ist für alle, oder? Äh, ja, ja. Nur das, was du verkaufst, das zählt nicht. Das ist dein eigen... Äh, New Haven. Ich glaub, da waren wir auch schon, Mann. Die beste Strategie ist manchmal das Fahrzeug stehen zu lassen, um zu dem Wagen zu springen und dahinter in Deckung zu gehen. Wer hat das jemals gemacht? Das ist auch total dämlich, weil das Fahrzeug echt nicht viel aushält. Man braucht's doch. Ja, viel sinnvoll, wenn einfach durch die Fahrzeuge zu fahren. Damit du direkt drauf gehst. Kommt drauf an, hinter was man sich versteckt. Hinter einem Lancer oder so. Also...